Das fängt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen. Es ist Montag, der 11. November. Mein Name ist Janne Hoppe. Schön, dass Sie zuhören. Die vergangene Woche war turbulent. Der Republikaner Donald Trump hat sich unerwartet deutlich gegen seine demokratische Gegenkandidatin Kamala Harris durchgesetzt und wurde zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt. Wir blicken heute auf ein Land, das von diesem Wahlausgang möglicherweise direkte Konsequenzen spüren wird. Die Ukraine. Denn Donald Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach die umfassende militärische Unterstützung angezweifelt und das NATO-Bundnis infrage gestellt. Im vergangenen Jahr kündigte er an, binnen kürzester Zeit Frieden in der Ukraine herstellen zu können. Viele Ukrainer befürchten, dass ein solcher Frieden mit massiven und unvorhersehbaren Verlusten für sie verbunden sein könnte. Über die möglichen Konsequenzen von Trump 2.0 für die Ukraine spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten für die Ukraine und Russland bei Welt. Doch zunächst die Nachrichten. Ich bin Johannes Schmidt. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bundeskanzler Scholz ist dazu bereit, die Vertrauensfrage im Bundestag noch vor Weihnachten zu stellen und nicht erst im neuen Jahr. In einem ARD-Interview rief er die demokratischen Fraktionen auf, sich über einen Zeitplan für Neuwahlen zu verständigen. Daran werde er sich orientieren, versprach Scholz. Die Schuld für das Ampel aus gab er erneut FDP-Chef Lindner, weil der keine zusätzlichen Schulden für mehr Ukraine-Hilfen aufnehmen wollte. Der Kanzler betonte, er habe sich lange um Kompromisse bemüht, habe aber schlussendlich die Reißleine ziehen müssen. Die Bundesregierung stellt sich auf harte Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan ein. Außenministerin Baerbock sagte vorab, die Klimakrise sei die größte Sicherheitsherausforderung unserer Zeit. Ab heute verhandeln Vertreter aus fast 200 Ländern in Baku vor allem übers Geld. Experten gehen davon aus, dass die Entwicklungsländer beim Klimaschutz massiv Hilfe brauchen. Schätzungen gehen von mindestens einer Billion Dollar pro Jahr aus, die die Umstellung die ärmeren Länder kosten wird. Nach dem Scheitern der Sondierungen mit dem BSW in Sachsen wollen CDU und SPD in dieser Woche über eine mögliche Minderheitsregierung sprechen. Das wollte Ministerpräsident Kretschmer eigentlich vermeiden. Es bleibt ihm aber wohl kaum eine andere Option. Denn die CDU will weder mit der AfD koalieren, noch ein Viererbündnis mit Grünen, Linken und SPD schmieden. Bei einer Minderheitsregierung müssten CDU und SPD dann für jedes Vorhaben die nötigen Stimmen aus den anderen Fraktionen im Landtag organisieren. Bis Ende Oktober unterstützten die USA die Ukraine nach eigenen Angaben mit 64 Milliarden US-Dollar und massiven Waffenlieferungen. Damit sind sie aktuell einer der wichtigsten Partner. Doch selbst mit Milliardenhilfen aus dem Westen ist die Ukraine aktuell weit entfernt von einem Befreiungsschlag und langfristigem Frieden. Wie der Krieg gegen Putin ohne die US-Hilfe aussehen würde? Vermutlich schlecht. Dass Trump die Ukraine-Politik von Joe Biden nicht weiterführen will, hat er immer wieder klargemacht. Was droht der Ukraine und damit auch Europa, wenn Trump Präsident wird? Das frage ich heute Pavel Lockschin. Hallo Pavel. Kurz nachdem klar wurde, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hatte, gratulierte der ukrainische Präsident ihm bereits zum Zitat beeindruckenden Wahlsieg und betonte, er schätze Trumps Ansatz Frieden durch Stärke. Wie ordnest du diese Worte von Selenskyj ein? Wie blickt die Ukraine auf die kommende Trump-Präsidentschaft? Ich glaube, die vorherrschende Stimmung in der Ukraine ist Angst, weil man einfach nicht weiß, was jetzt kommt. Und diese freundliche Rhetorik von Selenskyj ist auch eine Art Ausdruck davon. Zu dieser Rhetorik hat Kiew eigentlich keine Alternative, weil Washington der größte Unterstützer ist, egal wer im Weißen Haus sitzt. Weiterhin in seinem Statement präsentierte Selenskyj ja sein Land als die größte Armee, die stärkste Armee Europas und spielt sozusagen auch auf die unzureichenden Investitionen der europäischen NATO-Mitglieder an, die Trump immer wieder kritisiert hat. Und er will Trump sagen, schau her, wir kämpfen. Wir wollen Frieden durch Stärke erreichen. Und dafür stehst aus unserer Sicht auch du. Also lass uns nicht im Stich. Trump hat in der Vergangenheit angekündigt, den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden beenden zu können. Gibt es Anhaltspunkte, wie seine Ukraine-Politik und ein Trump-Frieden aussehen könnte? Es gibt diese Angst, dass Trump die Ukraine hilft und schlagartig einstellen könnte oder zumindest nach und nach zurückfahren könnte. Das könnte faktisch eine Kapitulation des Landes und die komplette Auslieferung der Ukraine an Russland bedeuten. Das wäre wohl das Einzige, was man in 24 Stunden wirklich erreichen könnte. Was Trump vorhat, weiß niemand. Wahrscheinlich wird er mit Putin das Gespräch suchen, wer schon während seiner ersten Amtszeit versucht hat. Es gab 2018 dieses Gipfeltreffen in Helsinki. Aber dabei ist eigentlich nichts herausgekommen, obwohl es im Vorfeld sehr viele Warnungen gab vor Hinterzimmer-Deals, vor dem Ausverkauf der Ukraine, vor der Anerkennung der Krim als russisches Territorium und so weiter und so weiter. Aber nichts davon hat sich bewahrheitet. Wie sieht das Verhältnis zwischen Trump und Putin aus? Gab es weiter Kontakt, auch nach dem Ende von Trumps erster Präsidentschaft? Also es gibt Medienberichte in den USA, dass es diese Kontakte gegeben haben soll, nachdem Trump aus dem Amt ausgeschieden ist das erste Mal. Trump streitet das ab. Aber das Ding ist eben, Russland war nach der ersten Trump-Präsidentschaft ziemlich enttäuscht. Es gab die Wahleinmischung für seine Kampagne. Es gab die Unterstützung seines Wahlkampfes. Aber all das hat am Ende nicht das gebracht, was der Kreml sich erhofft hatte. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA haben sie nicht verbessert, im Gegenteil. Deswegen sind die Erwartungen an die neue Präsidentschaft relativ bescheiden. Wobei Putin jetzt wie beiläufig Trump zur Wiederwahl gratuliert hat im Rahmen einer Panel-Veranstaltung. und generelle Gesprächsbereitschaft signalisiert hat. Da darf man aber auch nicht besonders viel erwarten. Ich denke, Trump wird versuchen, diesen Kontakt wieder herzustellen. Was dabei herauskommt, ist eine andere Frage. Ich denke, nicht allzu viel. Der Putin-Vertraute Dmitry Medvedev bezeichnete den Sieg von Trump als Rückschlag für die Ukraine und als gute Nachricht für Russland. Zitat, Trump hat eine für uns nützliche Eigenschaft. Es ist ihm zutiefst verhasst, sein Geld für diverse Gefolge und dumme Mitläufer verbündete, für schlechte Wohltätigkeitsprojekte und für gierige internationale Organisationen auszugeben. Wie ordnest du seine Trump-Analyse ein? Da muss man sehen, was Medvedev davor und danach gesagt hat. Also wenn das eine gute Nachricht für Russland ist, dann hat sie sehr viele Fußnoten sozusagen. Medvedev sagt, dass es in Anführungszeichen diesen antirussischen Konsens gibt in Washington, der auch für die Republikaner zutrifft aus seiner Sicht. Er sagt, dass es weiterhin Kräfte gibt, die Trump einschränken. Medvedev sagt ganz klar, dass er damit rechnet, dass Amerikaner weiterhin Geld für die Ukraine ausgeben. Die Frage, die sich für ihn stellt, ist, wie viel wird da sein und welche Einsparungen wird da Trump erreichen können? Und das ist, glaube ich, auch repräsentativ für die Position der russischen Eliten. Ich glaube nicht, dass da jemand mit einem krassen Richtungswechsel der Amerikaner von einem Tag auf den anderen rechnet, sondern man hofft halt auf die Dynamik des Krieges, die jetzt schon da ist. Also der Kreml sitzt sich in der Position der Stärke, vertraut darauf, mehr Ressourcen und mehr Durchhaltevermögen zu haben. Und da ist es eigentlich egal, wer im Weißen Haus sitzt. Man sieht sich sowieso auf der Siegerseite. Welche Konsequenzen hätte es denn für die NATO, wenn die USA die Ukraine nicht wie bisher unterstützen würde? Das könnte bedeuten, dass Ukraine vor allem Probleme mit militärischer Hilfe bekommt. Rein finanziell ist Europa im Moment ohnehin der größere Geldgeber, aber die Rüstungsgüter liefern eben die Amerikaner. Und wenn es weniger Finanzhilfen gibt, weniger humanitäre Hilfen, weniger Rüstungsgüter gibt, wäre das in jedem Fall eine Schwächung der ukrainischen Verteidigung und im Umkehrschluss dann eine höhere Belastung für die Europäer. Inwiefern oder ist Deutschland überhaupt darauf vorbereitet? Ich glaube, in Europa ist niemand so richtig darauf vorbereitet, also auch Deutschland nicht. Wenn die militärische Lage in der Ukraine sich weiter verschlechtert, wird es natürlich mehr Flüchtlinge geben und ein Teil von ihnen kommt bestimmt auch nach Deutschland. Der dritte Kriegswinter steht bevor. Die ukrainischen Streitkräfte sind geschwächt und Russland erzielt gerade große Geländegewinne. Wie werden die kommenden Wochen und Monate für die Ukrainer aussehen? An eine genaue Prognose möchte ich mich jetzt nicht wagen, aber es sieht so aus, dass die Lage der Ukrainer vor allem im Danbas zunehmend prekär wird. Vor ein paar Wochen war schon die Rede davon, dass dort ein Teil der Front am Bröckeln ist. Die Lage ist also ernst und dürfte sich so schnell nicht verbessern. Danke für deine Einschätzung. Ich danke dir. Danke für deine Einschätzung. Schlusslicht beim Wachstum. Von Platz 6 auf 24 bei der Wettbewerbsfähigkeit und die zweithöchsten Abgaben in ganz Europa. Die deutsche Wirtschaft ist in Gefahr. Jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Mehr auf insm.de slash sos. Aktuelle Ukraine-Recherchen von Pavel Lokschin finden Sie zum Nachlesen über den Link in den Shownotes. Weitere USA-News gibt es in unserem Podcast This is America, den Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt, hören können. Mein Name ist Janne Hoppe und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die Meldungen des Tages wurden von Regiocast produziert. Die Meldungen des Tages wurden von Regiocast produziert.